Willkommen zu unserem umfassenden Guide für Valorant. Egal ob du neu im Spiel bist oder bereits Erfahrung hast, hier findest du wertvolle Tipps, um dein Gameplay zu verbessern. Zunächst ist Kommunikation entscheidend. In Valorant ist es unerlässlich, mit deinem Team zu sprechen. Nut, lerne die Karten auswendig. Vertraue dich mit allen Ecken und Winkeln an. Das hilft dir, Überraschungen zu vermeiden und gib dir einen taktischen Vorteil, während du dich bewegst. Eason, trainiere regelmäßig im Übungsmodus, um deine Zielgenauigkeit zu verbessern. Achte darauf, dein Fadenkreuz zu kontrollieren und vermeide es, während des Laufens zu schießen. Deine Genauigkeit wird es dir dankbar. Verstehe auch die Fähigkeiten deines Agenten. Jeder Agent hat einzigartige Fähigkeiten, die in verschiedenen Situationen nützlich sein können. Nutze diese strategisch. Das Wirtschaftsmanagement ist oft unterschätzt. Lerne, wie du deine Credits verwaltest. Kaufe nicht in jeder Runde die teuersten Waffen, sondern plane deine Einkäufe strategisch, um in entscheidenden Momenten gut ausgerüstet zu sein. Teamwork ist essentiell. Spiele als Team und nicht als Einzelkämpfer. Rauchgranaten, Blitzgranaten und andere Tools können dir und deinem Team entscheidende Vorteile verschaffen, indem sie Gegner verwirren oder deren Sicht behindern. Lerne fortgeschrittene Bewegungen wie Bunny Hopping und Strafe Jumping. Diese Techniken machen dich schneller und unberechenbarer für deine Gegner, was dir einen großen Vorteil verschaffen kann. Achte auf die Audio-Hinweise im Spiel. Geräusche wie Schritte oder das Nachladen von Waffen geben dir wertvolle Informationen über die Position und die Pläne deiner Gegner. Nutze diese Informationen zu deinem Vorteil. Antizipiere das Verhalten deiner Gegner. Wenn du weißt, dass ein Gegner immer dieselbe Route nimmt, positioniere dich strategisch, um ihn zu überraschen. Das waren die Grundlagen und Tipps für den Einstieg. Bleib dran, denn am Ende werden wir einige Geheimtipps für Profis vorstellen, die dir helfen werden, noch effektiver zu dominieren. Viel Erfolg und Spaß.